Das ist genau das. Oh, das geht's! Schade! Oh, schade! Okay, jetzt hinzu! Das müssen Sie doch sehen. Das müssen Sie doch sehen. Für uns! Nicht antäuschen, schieß ab. Mario, du hast einen! Die Übung für 3.05, Frau Schultz, der Spielerwetter Nummer 10, Silas Kölner. Nicht schießen, wir schießen direkt drauf. Jawohl! Jawohl! Super gemacht! Nicht bewegen! Nein! Weiter! Kommen Sie da drauf? Ja, genau richtig! Das war genau richtig. Der schießt direkt vor. Der hat keine Chancen gefunden. Ich muss mal berücksichtigen, wenn er da hinten steht. Jawohl. Schön, lass dich! Miquel, Miquel, komm hin! Gut. Komm schneller. Weiter, laufen hin. Geh! Was? Ich kann doch Platzschlagen machen. Weiter, weiter, weiter. Noch mal, lass, noch mal. Ja, gut. Ja, da unten drauf. Komm, Laui. Komm, Laui. Komm, Laui. Kig, tuch, mach. Sehr gut. Sehr gut. Miquel, ich mach, Laui. Miquel, ich mach, du. Ja, mach, 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 mach! Miquel, ich mach, 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 mach. Schön, Lauren. Jetzt geht es ab, Mikkel. Und jetzt? Abseits. Foul. Schade. 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 Schnell, Mikkel, schnell, schnell. Schnell, schnell. Jetzt für Mikkel zurück. Schön, Mikkel, und jetzt sie ab. Jawohl, gute Idee! Wuh! Schön, schön. Ganz toll. Auf mal. Jawohl, für Rück. 2 zu 0 für 1 zu 0 für im 1 zu 5. Torstürzer der Spielerbetriebe, Mikkel Kata, Dicht. So ein Name geht auch.